Willkommen! Wiederum ein ganz besonderes Stück für Sie, und zwar Modell 209-81 Adamo. Ich muss gerade schauen, in eine zweiteilige Sofa-Ecke, in Z77-95, Grafit. Eine ganz tolle Garnitur mit einem ganz tollen Long-Life-Leder, mit natürlicher Oberfläche, wo noch einiges kann. Die Garnitur kann also mehr, wie Sie glauben. Sie können zum ersten mit diesem Feinrasterbeschlag, ich liebe diesen Beschlag, den Rücken hochstellen. Und dann haben Sie einen echten Hochlehnenkomfort. Natürlich können Sie ja bei dieser Garnitur wunderbar liegen. Sie haben hier eine Liegeposition, und natürlich auch hier in der Ecke eine Liegeposition. Übrigens, der Rücken geht überall hoch und runter. Am besten ist das Leder. Ich liebe dieses Z77-95. Das Z77 ist für mich das beste Long-Life-Leder auf dem Markt, mit einem tollen Cliff und super Pflege-Eigenschaften. Und auch hier haben Sie einen motorischen Sitz-Auszug. Der Sitz geht um 20 Zentimeter nach vorne, wenn Sie hier auf diesen unsichtbaren Knopf drücken. Und jetzt würde ich das dann hier etwas runter machen. So, zum Launchen. Oh, das ist schon mal gut. Füße so. Was will ich mehr? Ad amour. Eine Garnitur mit einem einmaligen Schnäppchenpreis, wie Sie es bei uns vermuten. Mit einer klaren Aussage. Mit einer tollen Ausstrahlung. Die Maße sage ich Ihnen noch. Ups. Die Maße. Links 2,25 Meter. Rechts 2,80 Meter. Wenn das passt, könnten Sie, wollten Sie, sollten Sie. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und Tschüss.